Tja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde, der S.H. Schermann-Airball-Wirtschaft Rauwach begrüßt Sie recht herzlich zum heutigen Meisterschaftsspiel Rauwach-Zwei gegen Diedersdorf. Zeit der Runde in der ersten Klasse, oder Star. Wir begrüßen unsere Gäste aus Diedersdorf und vor allem Ihren Trainern, unseren alten Bekannten und bei uns schon lange, lange Zeit tätig gewesen, Trainer von Diedersdorf, Anton Glatz. So, wir kommen gleich zur Mannschutzaufstellung unserer Gäste aus Diedersdorf. Im Tor mit der Nummer 1, Pat Istwan, mit der Nummer 6, Bein, Sieb, André, mit der Nummer 7, Teufel, Christoph, mit der Nummer 8, Feuchtiger, Matthias, mit der Nummer 11, Schweighofer, Markus, mit der Nummer 12, Gutmann, Patrick, mit der Nummer 16, Deutsch, Daniel, mit der Nummer 17, Sinai, Alperto, mit der Nummer 18, Masic, Adel, mit der Nummer 19, Kabinett, Leidenbauer, Christoph, und mit der Nummer 20, Jean-Paul, Georg. Er sagt Spieler, mit der Nummer 39, Schwarz-König, mit der Nummer 2, Spranzl-Martin, mit der Nummer 4, Nitzelowski, Waldens, und mit der Nummer 14, Manuel und Tobias. Und wie gesagt, Trainer dieser Mannschaft, Anton Glatz. Und der Sektionsleiter möchte ich auch begrüßen, von Diedersdorf, Erduello und Tobias. So, liebe Schwarz-Freunde, willkommen zur Mannschaftsaufstellung unserer Heimmannschaft. Es ist so, Schermann, Erdbeerwirtschaftsglaubach, 2. Im Tor, mit der Nummer 1, Gruber, Florian. Mit der Nummer 2, dann mit der Nummer 3, Lama, René. Mit der Nummer 7, Rasuli, Uramet, Amen. Mit der Nummer 9, Saura, Stefan. Mit der Nummer 11, Reiter, Daniel. Mit der Nummer 15, Kabinett, Stora, Basil. Mit der Nummer 19, Nöhrer, Jürgen. Mit der Nummer 23, Bekofer, Manuel. Mit der Nummer 28, Karl Matthias. Mit der Nummer 29, Zinkel, Thomas. Und mit der Nummer 44, Rej, Vico. Ersatzdaumann, mit der Nummer 1, Christian. Mit der Nummer 14, Reze, Ali Reza. Mit der Nummer 16, Reibauer, Nobias. Mit der Nummer 17, Anja Elianic. Und mit der Nummer 22, Eichwe, Lukas. Ja, der Rainer unserer Mannschaft. Rukic Nistroff und Sektionsleiter, Alavs Fiechen. Rüchte natürlich an dieser Stelle auch, möchte ich Sie begrüßen. Ja, der Spiel begleitet, von meinen alten Kampen schütze ich, der Herr Nitschöherbach, Dadi Sabi. Willkommen in Rova. Und jetzt auf, bitte. Jetzt sehen Sie auch, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Hier gar nicht. Hier haben wir zwei, zwei. Und jetzt haben wir uns doch. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Bye. 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 Das war's für heute. Ich habe mich gefragt, dass ich noch nicht verbreit bin, dass ich seit 4 Jahren habe. Ich habe nur so ein Bild gemacht. Wenn ich den Chef spürt, wenn du 3 Jahre alt bist, dann hast du das komplett mit der Art. Das ist ja eine Angehörige. Du willst das nicht wissen, was ich habe. Ich habe mich gefragt, was ich habe? Ich habe mich gefragt. Wie ist denn, ich habe mich gefragt, was ich will. Ich bin der Angehörige, dieーデ�ung in den Schädelmann, mich immer sie an. Wie ist es, dass sie eine gute Goodwinner ansehen? Was ist das? Ich hab mich gefragt, wie ich eigentlich gesagt. Ach, das sei Dank. Ich hab mich gesagt, wie ich bei einer Ahnung habe. Ich bin ja, dass du das nicht verbrauchst, weil ich das seit 4 Jahren habe. Ich mache nur halt so wieder was. Wenn ich den Chef spürt, wenn du nicht weih hast, dann kannst du nicht das komplett jetzt wieder auch. Dann kannst du das nicht verbrauchen. Ja! Ich dachte das. 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 Ja. 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 Tja. Semmisch. Jetzt stehe Spiegelbottel im Bayern-Spielstand. 15-0 von unserer Gäste aus Denosloff. Doorschütze ist mir leider nicht bekannt. Da geht Herr Nummer 17. Mein Name ist Zinami Alberto Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.